So, hallo erstmal und willkommen zu Let's Play Special und zwar Let's Play Together Black Ops. Jawohl. Wieder mit Smartberg auf der rechten Seite. Und Red Road auf der linken Seite, aber ich glaube, das ist oben und unten. Da wird Red Road oben sein und Smartberg natürlich. Das Special daran ist, dass wir nicht im normalen Modus spielen, also so mit Ballerwaffen und so weiter. Ich kann euch mal schnell unseren Klassengeditor zeigen und meiner wird, Scheiße, doch, da habe ich's. Also wir werden keine Waffe benutzen, sondern nur Messer und Axt und das normale Messer zu normalen Messern. Also das Ballistikmesser. Wie ist das bei mir? Eigen, welches ist das bei mir? Ach, war eins oder wie? Was? Wenn ich jetzt beim Auswählen bin, musst du gucken. Geh mal zurück. Ja, mach immer. Aber ich muss jetzt mal eigentlich alle der Ersteuerung gewöhnen. Ja, zwei oder eins ist schwierig. Nee, geh mal hoch. Das will ich, die zwei. Oder die eins, glaube ich auch. Nee, ich bin die eins. Ich habe mir die Tod eingestellt. Ach, ja, genau. Alles klar. Auf jeden Fall, dann fangen wir gleich mal an. Ich bin klar. Und gleich mit der Musik. Die Abo knüpft schon rein damit. Keine Ahnung. Warum nicht? Es wird schlimmer als das Lied. Ja, ja. Ja, Pflicht. Genau, ey, immerhin. Das habe ich ja gemerkt. Ja, das ist schon mal was. Auf jeden Fall. Ja, Kostrutscher. Schnell, schnell, schnell. Kostrutscher natürlich. Mann, wieso sage ich immer Kostrutscher? Weiß ich. Weiß ich aus welchen Fass. Weihnacht der Dreitöneuer immer noch, oder? Du nimmst Black Ops übrigens. Ja, ich nimm Black Ops. Ach, jetzt wird es interessant, du. Du weißt nicht, dass ich das immer war. Nein, äh, verdammt. Verdammt. War denn das immer? Oh, weißt du, wie lange ich das nicht mehr... Ah, jetzt. Verdammt habe ich das lange geknüpft. Also ich bin unten übrigens, und zwar... Ne, Redwood ist oben. Ah! Ahahahahaha! Du bist... Ah! Vor allem, sagst du. Ach, wie auf der anderen Seite. Ich habe nicht nach oben geguckt, ich habe nur geraten. Ach, die Garage. Oh! Ach, die Garage! Scheiße! Ja, na klar. Ja, okay. Na, grau mich, hat es doch getroffen. Nein! Wo bist du? Nein, geh weg! Na, was? 3 Meter Stall der Säge! 3 perfekte Meter! Nee, das geht's nicht. Das war schon das Problem von Anfang an. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in diesem Spielmodus spielen, also wir leben mit Ballstick, und jedes Mal, wenn er 10.000 Meter, Kilometer, oder wie auch immer, hinter mir steht, oder vor mir, habe ich mich gemessert. Messer, Messer, Messer. Jetzt hat es keine Munition gemacht. Ich hab mich aber extra nicht darauf hinweisen vor. Ich wusste... Hey, guck mal, das ist der Mann. Das bist du, glaub ich. Ach, bist du wieder da? Ja, 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 ja. ZAKKABAM! ZAKKABAM! Nein! ZAKKADAM! ZAKKADAM, wollte ich sagen. Und das war kein ZAKKADAM. Das wär ja ein ZAKKADAM. Nein! Nein! Oh, du triffst auch immer. Ich glaub, wenn wir mit Waffen spielen, würden wir... Ich empfohle. ZAKKADAM! ZAKKADAM! Ey, du bist mir so oft, ähm... Vergehen? NEIN! Ja, gleich mal wieder Messer aufnehmen und meine Axt aufnehmen. Haben wir meine Axt geworfen. Ja, hab ich auch. Aber ich hab nicht gemessen... Lisa hinterlässt dir die Axtwerfer. Ich hab dich gemessert und nicht geaxtet. Geaxtet? Interessantes Wort, find ich, oder? Achso, das ist doch das andere Seite. Du hast mich angeguckt. Ja, das... Ja, das... Ja, das... Ich hab dich doch! Nein! Falsche Waffe! Falsche Waffe! Facke! Scheiße! Ey! Das gibt Rara! Waaaah! Waaaah! Oh... Ok, jetzt hab ich hier erst mal ein... Eines... AlistBoyzungsrums? Waaaah! Hiiihihiihi... Ok! Ja, jetzt will ich ja auch etwas mit Waffe irgendwie oder du musst mich mal kalt machen irgendwie oder so immer. Ha, ich hab sie aber... Ah, ja... Schade. Ja, ich wollte ja, dass ich sterbe, ne. Ich brauch ja hier die Ballistik-Dinger, oder? Du hast schon eine Bananaserie gekonnt. Jajajaja, ich hab das schon. Zaaack! Bäh! Das fand ich jetzt aber nicht nett! Like a sir! I want to go everywhere! Das macht dich kopflos! Das macht dich kopflos! Bäh bäh! Du machst dein Klumpfnuss! Du machst dein Bekanntstoff im Ballistik-Dings-Wumms! Was? Rück zu, rück zu, rück zu! Ja, natürlich! Wo hat der ge- Ah, hier, hier! Hinterlistik-Dinger im Garage-Tor versteckt! Auf jeden Fall! Ja, ja, wieso? Wir feiten ihn hier. Ja, ja, das schon. Hast du schon, oder? Nein! Jetzt was! Hahaha! Scheiße! Wie er immer abgeht! Hahaha! Das ist doch für dich wahr sein! Ich hab doch... Ich hab doch... ARK! Das ist doch ARK! Das Ding ist direkt... Das hat deine Haare durchgestreckt! Das hat sie doch gekennt nebenbei! Vielleicht ein Stück Ohr abgeschnitten... Und was weiß ich... Aber hey, jetzt muss er nicht zählen! Nein! Komm, ich sehe dich doch getrocknet! Ich muss da nicht so rum. Hopala! Komm raus hier raus hier raus hier! Jetzt noch? Enter! Komm drück! Hä, blem... Höチö ha! Ehehehe! Komm flieh raus! Ich muss das tun! Hast du keine Munition mehr? Nee! Oder? Nee! Doch, ey hab ich noch! AAHHABITO! AAHHABITO! Ey, hab er aufgekommen, Kack! Hier, setzt sich jetzt mal nicht rein! Ja, aber du! Ich hab keine andere Wahl gehabt! Du hattest noch zwei Panicistic Messer, ne? Du hattest auch noch eine Munition? Ja, das wusste ich doch nicht. Na, das wusste ich auch nicht, dass ich noch eine Munition habe. Ach was? Nein, du wurdest ja gerade neu gespawnt. Nein, nein, da habe ich keine Munition. Überhaupt nicht. Fehl. Ich brauche es, ich brauche es, ich brauche es. Falsch, ich habe kein Messer mehr. Ich habe gar keine Munition mehr. NEIN! Aber ich töte ihn trotzdem. NEIN! Da liegt der... NEIN! Weltäter. Boah, hast du mehr Punkte als ich, ich will das nicht. Weil ich besser benutze. Ach, halt die Klappe. Bist du nicht? Du hast es schon lange bekommen. Ach komm! Ja, steck die Messer ruhig weg, wenn ich schießen will. Ist klar, ne? Ja, natürlich! Du hast eine Leichtigkeit aus der Hüfte geworfen, ne? Sie hat dich geaxtet. Geaxtet! Wo hast du die Hüfte raus? Ja, wupp! Sag mal so, Flopf! Ist kein Thema, ne? Naja, ist es doch auch nicht, oder? Ich sag ja nichts anderes. Nein, wie schlimm ist es überhaupt nicht, dass du mich... Ach du! Dann kommt der Kopf wieder in der Hüfte. Zeck die Angst! Ne! Fuck you! You got the knife in the knee? Yeah, I want to be a whatever. But I got the arrow in the knee. You had a X and a hat? You got nothing, you see. But, uh, lass uns dieses Englisch laschen. Laschen, laschen, wischen, ja, und dann den auch wischen. Nein! BÉ! Woche kam er! Dieser verflięgte Axel habe! Ich wollte mich auch da werfen! You have an X in your head. Ohhohoho... You see the death before that! And now you see the death again! F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f... Das erinnert mich gerade an der Amnesia. Hey! Äh, äh, äh. Was sagt er? Baudi? Nee. Was sagt er? Hey! Einfach ohne Baudi! Ach, als ich hier gespielt habe, wo wir... Nee, einfach ohne Baudi in my bottle. Ach, genau! Dann rennt er weg, weil er das Monster gesehen hat. Hey, I got a bag of Minoways! Waa! Waa! Ich finde das so genial. Auf jeden Fall. Ach, wir haben uns entschieden geil. Der Link wird dann in der Beschreibung. Ja, wenn ich finde. Ja, den findest du. Äh, ich sag dich zack! Was schade! Ich bin besser ein Messer. Ich muss... Der Heißwind! Wie Loli werde ich genannt. Okay. Was ist jetzt was? Black Messiah. Da habe ich auch erwähnt. Keine Stellenwerts verdient haben, weil Black Messiah ewig genial ist. Die haben wir ganz knapp verpasst. Hä? Ja. Stimmt, 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 stimmt. Beim ersten Mittelalterfestival in Gießen. Schiffenberg. 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 Verdammt, das ist meine Ecke! Hat! Fucking Headshot! Noob! Oh ja? Ich würde mal sagen, die letzte Minute rennt nur noch mit Stormgebern rum, oder? Verdammt! Oder die letzte Minute nur mit Stormgebern? Ja. Nicht? Da habe ich immer noch einen Punkt weniger. Ach, nicht. Ja, ich bin... Fuck you! Wo bist du? Wo bist du? Zack! Nein, Mann! Nein, Mann! Ein Auto! Ein Auto! Das kann ich, Mann! Durch, reif, durch! Ich glaub's! Ich glaub's ja wohl! Ja, na klar! Noch ein Wunsch! Und dann kommst du! Ah, das ist doch wo ich jetzt hier! Nein, 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 nein! So, jetzt drückst du schon ein Gewehr, oder? Tiii! Was? Strongewehr? Nein, jetzt kommen wir. Achso, wir haben noch einen Dring, gell? Ja, der Dring, ja! Gerne! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Fuck you! Fuck you! Hey, jetzt hab ich auch so ein tolles Gang! Toll Design! Danke schon! Ja, natürlich! Hey, klar! Das ist logisch! Achja, ich bin ja wieder mit! Oh, wo schieß's denn hin? Unentschieden! Unentschieden! Das ging ja zu! Das ging ja zu! Ey, Feind! Oh, ein Flugzeug! Spot dich, Jungs! Spot dich! Niemals! Jungs! Jungs! Sieh! Sieh! Das passt! Sieh! Scheiße! Nein! Böse, wer mit 300 oder 400 Punkten lag? Ach, wie viele Punkte? 100 lagst du vor mir! 100? Jo, 300 oder 400? Nein, da lagst du mal eine Führung mit 300 oder 400 Punkten. Ja, ich rutsch ja mal hier nach! Ja! Ein bisschen! Ein bisschen! Ich würde mal sagen, wir wegstehen die Karte! Machen Spieler dazu und machen diese eine Map da! Lass mich mal einstellen! Ja, ich mach egal! Spieloption, wie viele Feinde? 5! Nee, warte mal! Lass mal eine gerade Zeit hin! Mit jeder hier so hoch ist! Sechse? Sechse! Zehn Minuten! Machen wir mal 10.000! Ah, warte nicht so hoch! 5.000! Weißt du, wie schnell das weg ist? 5.000! Ach, 5.000! 7.000! 7.000 ist okay! Machen wir einen Kompromiss gefunden! Die Waffen lassen wir so, oder? Nee, dann machen wir wieder andere, ne? Also, die können wir ja nicht so leben! Also, ich hätte jetzt an... Scheiße, welche wir wissen lassen! Die hier! Okay, aber dann lass uns wenigstens noch die Klassen-Editor nehmen! Und erst mal gucken, was noch so die Klassen gibt! Ah, geh nicht raus! Lass mal gucken hier! Nein, du kannst dich doch selber einstellen! Ich weiß, hab ich noch mal gucken! Schau mal Antros, Sekundärer! Oh Gott! Jo, ich nehm die Antros, wie immer! Ja, die Kommando, die nehm ich auch noch mal! Ah, ein Söldnerschwein, ne? Ja! Soll ich eine Söldnerschweine? Ja, dann nehm ich einen Mowakka! Aber das schlimmste Söldnerschwein ist nur noch Alphons, als er bei der Bundeswehr war! Und nicht reingekommen ist, weil er zu wenig Call of Duty fehlergezockt hat, ne? Und so weiter! Kennst ja alles! Ne? Auf jeden Fall! Ja! So! Dann nehm ich es wieder in den Rebound! Auf jeden Fall! Jetzt kannst du einstellen! Halt! Erstmal Bähne dringen! Oh! Ist ja schon leer! Ne! Kann ich es endlich stellen? Ah, ich kann noch ein Stück Mäh nehmen! Dann kann man auch anstoßen! Ja! Oh, Mann! Ah! Ah! Was kann schöner sein, als sei töten, als sei töten, als sei töten! Was kann schöner sein, als sei töten, als sei töten! Das kommt nicht mehr an den Rebound! Ja! Ich werde ihn gerne an den Rebound! Was kann schöner sein, als sei töten, als sei töten! Was kann schöner sein, als sei töten, als sei töten! Was kann schöner sein, als sei töten! Was kann schöner sein, als sei töten! Ich würde mal sagen, wir fangen in der nächsten Part! Ja, ich mach noch Schräge! Fertig! Auf jeden Fall! Swap Brack, stell dich noch ein und dann in der Weckmar an rein! Dann fangen wir in dem nächsten, letzten Day zu Lack Ops an zu kämpfen mit richtigen Waffen, die ich mache! Ja, sag ich mir auch mal so! Alles klar! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschau!